Hey Leute, willkommen bei Pandito und unserer Feuerwehrmann-Sam-Geschichte, der Rettungsturm. Mal sehen, was passiert. So Männer, ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Heute üben wir den Einsatz in einem brennenden Haus. Cool, welches Haus wollen wir denn zum Üben anzünden? Wir zünden gar nichts an, Cradlington. Was für eine Frage. Die Stadt Pontipendi hat uns eigens zu diesem Zweck einen Trainingsturm bauen lassen. Er steht ein wenig außerhalb. Oh, okay. Und was sollen wir dann da machen? Endlich mal eine gute Frage, Cradlington. Eine Hausrettung läuft wie folgt ab. Schritt 1. Zu rettende Personen lokalisieren. Schritt 2. Brandherde löschen. Schritt 3. Türen einschlagen. Schritt 4. Eingeschlossene Personen retten. Noch Fragen? Nein, Officer. Wir können starten. Hervorragend. Na dann, ab ins Feuerwehrauto. Ich werde mir den Einsatz von außen ansehen. Und Abfahrt. Oh Mann, ist das schon wieder langweilig heute. Oh, die Feuerwehr. Mal schauen. Oh, Sam hat wieder einen Einsatz. Das ist sicher interessanter, als hier Däumchen zu drehen. Ich fahr mal schnell hinterher. Wow, Leute, Vorsicht. Da vorne brennt's. Natürlich brennt's da vorne, Cradlington. Das ist unser Trainingsturm. Wir sind da. So, alles aussteigen und Ausrüstung klar machen. Ich hole Feuerlöscher. In Ordnung. Dann mach ich den Schlauch klar. So, raus mit dir, Schlauch. Schlauch ist klar. Ich komme schon. Feuerlöscher, klar. So, Cradlington. Was war Schritt 1 der Hausrettung? Ähm, ähm. Eingeschlossene Personen lokalisieren. Korrekt. Worauf wartest du denn, Cradlington? Lokalisiere die Zielperson. Achso, haha. Ich dachte, es war ein Quiz. Alles klar, Officer. Ähm, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, da! Ich hab sie, Sir. Die Person befindet sich im zweiten Stock. Halt durch, Puppa. Die Feuerwehr ist schon da. Sehr gut, Cradlington. So, Sam. Schritt 2. Feuerlöscher, Sir. Ich mach mich sofort dran. Hervorragend. Cradlington, Schritt 3. Oh, Schmetterling. Komm her, kleine Schmetterling. Cradlington. Äh, Entschuldigung. Ja, ja. Schritt 3. Tür mit Rambag aufbrechen. Bin schon unterwegs, Sir. Und, hä, und... Mann, Mann, Mann. Und jetzt, jeder ein Feuerlöscher für eventuelle Brandherde im Haus. Und dann die Person retten. In Ordnung. Okay, wir sehen uns oben. Na gut, da will ich immer hochklettern. Und, hä? Oh Mann, ist das hoch. Komm. Oh, ja. Oh, geschafft. So, na, dann wollen wir mal. Hä, hä, hä. Hä, Elvis, was machst du denn da? Äh, ich bin hochgeklettert. Wie bist du denn hochgekommen? Naja, Elvis, ich bin die Leiter hochgeklettert, die extra dafür angebracht wurde. Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Naja, egal. Ich rette die Person oben und du löscht die kleinen Brände, okay? Alles klar, Sam. Gut, bis gleich. Hä, 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 hä. Keine Sorge, Mr. Puppe. Gleich sind sie in Sicherheit. So, es geht abwärts, Mr. Puppe. Gut festhalten. Okay, dann will ich mal ein paar Brandherde löschen. Hier ist einer. Und da. Oh, Schmetterling, da bist du ja wieder. Willst du mein Haustier sein? Elvis, die Zielperson ist sicher. Du kannst dann rauskommen. Okay, Sam. Komm, kleiner Schmetterling, wir gehen. Ich komme schon. Schau dir jetzt die nächste Folge an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.